Damit herzlich willkommen zurück, liebes Universe, let's play Batman Arkham Asylum mit dem Bisschen-Kraus-Joker. Cutscene. Und stärker wurden. Und jetzt wachsen wir zusammen. Meine Frau, dass ich dich und dein kostbares Gotham zerfetzen. Oh shit. Guck einfach mal auf, ob es klappt. Äh, natürlich nicht. Okay. Okay. Du kannst Mutter Natur nicht schlagen, aber sie kann dich zerstören. Eieieie. Ja, frisst das. Schlampe. Multibettering. Yeah, fuck you. Scheiße. Das war nicht so gut. Okay. Jetzt. Fuck. Ja, wie gefällt dir das, Schlampe. Weg. Rüber, Batman. Ja, komm, zeig dich. Kann jetzt schwerer sein wie ein Spaceshooter. Sollen sie lieber von diesen Ranken weggehen? Das ist vielleicht nicht so prickelnd, wenn ich da reinkomme. Äh, ja, noch mehr Ranken. Leckt mich da am Arsch. Ah, damn it. Kannst du damit mal aufhören? Ah, fuck you. Komm schon, Batman. So, wie komm ich an dir an? Kann ich eigentlich auch auf die anderen Dinger da zielen? Not really. Na gut, das war nur eine Endurance-Round. Ähm. Na, komm. So. Yeah, Schlampe frisst das. God damn it. Yep. Bam. Na, wie gefällt dir das? Gewöhn dich lieber, Dran. Bam. Ach ja, jetzt kommt die Ranken wieder. Ich hasse Ranken. Hä? Okay, ich muss mir einfach nur merken, wo die Dinger einstampfen. Über da Batman, sehr schön. Sehr schön, Batman. Unterwürf dich aller stärkeren Macht, Batman. Ja, Bullshit. Du unterwürfst dich höchstes hier. Dass das klar ist. Häp. Häp. Yeah, Schlampe. Gleich hab ich dich am Arsch. Ungelogen, aber ja Harley Quinn einfacher. Na komm, spring, Batman. Einfach spring. Häp. Es geht bergab mit dir, Schlampe. Du bist tot. So, God damn it. Tot, du weißt es nur noch nicht. Aber wir arbeiten daran. Ja, da hast du. Happy Rüber, Batman. Ach, Batman. Na, hast du jetzt genug? Hoffentlich. Oh, jetzt kommt mir her, dass ich dir ein paar auf die Fresse hauern kann. Äh, und nun? So, jetzt ist die Schutzhille mit dem Explosivgel. Tu's nicht, Batman! Ja, ja, Bullshit. Bam! Wie, nur 500 XP? Meine Babys werden sich tagelang an dir larven. Glaubst du? Meinst du? Ich brauche hier Hilfe, Jungs. Hüpp. Hüpp, 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 wüpp, hüpp, 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 hüpp. Oh, toll, Minions. Äh, wär ja auch zu einfach gewesen irgendwie. Ah, komm komm komm, der kann er anfangen. BAM! Ach ja, und auch noch ausgewichten, ist das nicht toll. Ah, dammit! Weg, Batman! Verfluchte Hacke. Second Form, wie mir das auf den Sack geht. Ich hasse Second Forms, hab ich das eigentlich... Jawohl, das wisst ihr schon eigentlich, wenn ihr Castlevania gesehen habt, dann wisst ihr wieso. Ich nicht so der Fan von Second Forms bist, weil Second Forms sind so dumm. So, weg da, Batman. Sehr schön, Batman. Mach Schulz' Loch auf. Hehe. Bam! Rettet mich vor der fiesen Federmaus. Hep. Hep. Rüber. Rüber. Äh, lieber weggehen. Die setzt ihr eigenen Leute ausgefechtet. Das ist genauso dämlich wie Joker. Na komm. Hallo. Ich hab... Ich hab... Also... Wie oft soll ich die fucking rechte Monsterste denn aufdrücken, damit du einen Konter akzeptierst, du scheiß Computer? Dammit. Na, 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 Batman. Geh lieber ein Stückchen zur Seite. Ja, 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 ja das ist mir doch fast wieder zu knapp hier ich bin stärker als du kleiner ich habe aber bessere spielzeuge als du was nutzt ihr eine macht hat na wie gefällt dir das ja Mh, yeah. Zündet schon deine scheiß Endurance-Brown. Er versucht nicht zu verhindern. Ah, fuck. Das war genau die falsche Richtung. Na komm. Äh, komm. Einfach schlagen. Gleich nicht mehr. Hepp rüber da. Oh, Madame, wir hörten Schwierigkeitsgarten. Toll. Oh, jetzt zu dir. Okay, der ist von allein runtergeflogen. Was zum... Wieso daneben? Hä, das darf ich nicht gerade. Ah, rüber da besser. Oh, nerv. Scheiß Minions. Ich hasse sie. Na, geht doch. So. Sterbt. Und lasst mich alle in Frieden. Verdammt nochmal. Das darf ja nicht wahr sein hier. Oh, es kommt mir her. Feigling. Heute schon Konter gefressen. So, Schlampe. Jetzt knipse ich dir ein für alle Mal das Licht aus. Mir reicht's jetzt. Das war jetzt genug Abpack für heute. Ah. Ah. Schlampe. Ah. Fluch. Das war nicht so schön. Nein. Ei, 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 ei. Ich fuh das mal lassen. Ich habe eine längere Ausdauer. Das kannst du dir mal merken. Ah, noch eine Endurance-Round. War ja klar. Ja, rüber. Okay, Batman. Lieber weggehen. Ah, dammit. Ich wusste es genau. Ich wusste es genau. Komm. Ich weiß, warum ich mir mehr Leben geholt habe. Ich bleibe dabei. Weg, 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 Batman. Mach keinen Mist. Wenn es geht, irgendwie. Ist das drin? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, Batman. Mann. Komm, raus da. Und warum zum Teufel? Trägliche Minions Egal ob von Joker oder von Ivy Ich mag sie nicht Komm Batman rüber Rüber, 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 rüber Sehr schön Batman Wir werden wahrhaftig nur Freunde, wenn etwas wird hier So Jetzt zu dir Sterb einfach bitte schnell Damit ich hier meine Ruhe habe Okay Batman Du bleibst mit deinem Arsch genau hier drüben Ja, fick dich ins Knie Wenn ich mit dir fertig bin, dann kommst du auf den nächsten Komposter Dammit Batman Mach doch bitte kein Mist, wenn es geht Danke Batman Yeah Bist du jetzt endlich tot? Nein? Gut Upsa Gut, müssen wir ein bisschen nachhelfen Ich bin 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 ein bisschen nachhelfen Feuerwerk, Fragezeichen. Voll creigeschaltet, vergiftete Ivy. Was ist das Teufel? Okay, gehe zu der Party. So, wir kaufen uns jetzt aber noch abschließend das letzte. Das letzte Upgrade, also den Lenkbettel-Rank. Cool. So, haben wir das auch. Ja, und bevor wir dieser Party beiwohnen, mache ich eine Pause und wir sehen uns dann wieder, wenn ich Joggers Party besuche. Bis dahin, bye-bye. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020